Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuesten Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Zum 1.4.2019 suchen wir einen neuen Mitarbeiter, männlich, weiblich und divers, für den Bereich Service bei uns in der Bank. Wenn du dich angesprochen fühlst, dann bewirb dich doch bitte bei uns. Alles weitere findest du auf unserer Homepage www.rb-knoblausland.de. Bis bald!